So, 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 hallo, hallo, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Blattgrün Randomizer Last Look. Ja, war letztes Mal, als wir wieder nach Orania City gekommen und wir haben eine Menge neue Boomer gefangen oder wir haben es besucht. Zweige Routen haben wir davon nicht geschafft und wir haben ein neues Timid Glied. Wir haben Merkur, das Urop im Team und ja, ich habe es auf Teamniveau angeglichen und das Ding hat echt gute Deathwerte, also finde ich toll. Und Menge KP und es kann schon ab dem Eissturm gerade eben gelernt und kann von Haus aus die Kopfnuss, also ne, wir haben Eis-Wasserbogen, was noch kein Wasser tragen kann im Team und ich finde das toll. Da musste leider Scream dafür auf die Bank, aber, ne, mal schauen, vielleicht kommt's, Scream ja irgendwann zurück. Willkommen auf der MSN, Verzeihung auf sein Ticket, Leidzeichen das Wurzige, großartig, willkommen auf der MSN. Ja, ich würde sagen, nämlich, wir machen jetzt erst mal die MSN. Ähm. Weiß ich, konnte ich mich in Feuerrot heilen auf der MSN? Äh, Moment. Ne, sieht nicht so aus, gut. Dum, 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 dum. So, dann würde ich sagen, wir fangen einfach mal irgendwo an, ne? Äh, Wasser-Pokémon, Wasser-Pokémon, Wasser-Pokémon. So, dann würde ich sagen, wir machen gleich mal ein bisschen mit Merkur. Weil, Wasser-Pokémon tankt ja ganz nett. Der Verlierer wird Kegel holen, los geht's. Ähm, er tankt ganz, ganz gut Wasser-Pokémon und von daher, ne? Seiner Kopfnuss, Wasser-Pokémon, habe ich gesagt. Keine Kampf-Pokémon. Ach. Fängt gut an. Fängt gut an. Äh, Feigenauge. Los. Oh, Geo, Wurf. Au, au, au. Das tut doch weh. Zack, in your face. Alter, aber Level 20, ne? Das ist schon eine Ansage. So, und die nächste Konfusion. I will aber ausreichen. Jawohl. Au, da muss ich ja gerade mal schon mal einen Drang verwenden, denke ich mal. Ja, reicht nicht fürs Level ab. Ah, war dein Kipp besiegt. Ja, ich skallt, ne? Du kannst halt echt nichts. So, ich hätte gerne einen Drang. Aufweigenauge. Dam, 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 dam. Hi. Warte doch, lass uns plaudern. Ich besitze da Wasser-Pokémon. Hahaha. Letzt aber du. Tentaja. Dam, 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 dam. So, die Kopfluss. Giftstarrel. Boom. Das macht wenig Schaden. Ich war denn nur drauf, dass ich vergiftet bin. Aber ganz ehrlich, gegen den Tacher kann ich auch mal Dick da reinholen. Weil ich weiß, dass den Tacher keine Wassertacke kann. Hoffe ich zumindest. Aber will ich das Risiko überhaupt eingehen? Wenn dann nämlich der random Fluchstrahl oder was weiß ich kommt, dann habe ich nämlich den Salat. Warum sollte ich ein Risiko eingehen? Wenn ich es auch vermeiden lässt. Und das macht echt wenig Schaden, Europe. Ich werde mich dir jetzt effizienter vorgestellt. Boom. Naja. Free Hit K.O. für das Stern-Dude. Ich muss echt aufpassen, dass ich nicht so... Weil eigentlich... Moushas. Moushas ist blöd. Bucky. Moushas hat eine... hohe Death. Und da möchte ich es nicht unbedingt... lange rummachen. Damit... Thunderbolt. Dada-Dada-Da-Da-Da-Da-Da-Da-Da-Da-Da-Da-Da. Mist, der ist mir entwischt. Wer denn? Welcher Fisch denn? Was sprichst du? Du schlabst du, Alter. Chill mal deine Base. Und wir finden Kugelsaat. Nett. Außer, der sitzt gibum. und kubelsaat ok madrosa tassilo denn tacher lausmerkur da da das macht es war knapp nicht die hälfte die kopfnuss machen wir mal den eissturm das hat sie zweimal von dem npc oder sie deshalb eine coolation zweimal schon wow das reicht nicht wow zweimal superschall nicht getroffen und ich sage natürlich bin ich vergiftet das ist ja echt nervig dann 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 ist dern du schaffst du das märkur er macht die die sohn mein vollkb mach einfach mal den so merkur du schaffst das nicht mehr merkur du schaffst das nicht Hilda, erklär mal. Pappappappappapp. Das macht wirklich Schaden. Jawoll. Und der Karate-Job. Oh, das ist ja so scheiße schnell. Was sollte das? Boom. Das reicht auch nicht. Wow. Okay. Na gut, es hat einen Herd da drin. Glaube ich. das war eine reife leistung das tut sich denn mal nehmen wir mal den energie staub und gegen gift ist mein letztes gegen gift gibt es echt nervig in das lox naja passt schon wir machen weiter alles fürs geld ja hi what ich habe früher genauso aufgedreht es ist schön für dich sie hallo sie wie viel ap hat unser merkur noch geht noch auch wohl nein lass doch den scheiß oh gott wieso machst du kein schaden merkur was los mit dir der animation jawohl dreimal mit kopflos gedrohung marco 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 was soll ich mit dir machen ja das bitte mal trifft natürlich nicht ist ja klar da 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 so jetzt kommt nuss oh man oh hör doch auf mit dem scheiß danke die doch merkur hält erfahrungspunkt das ist schön und noch sieben yeah ach komm hilda mach das mal boah alter kannst du mal aufhören mit rauhwolke spam gerade schlag boah alter diese strats nerven zack oh gott oh gott oh gott oh gott hilfe drüben schon wieder auf bob bob wird lustig dmal sheet na da 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 pa ach Generous zack wahnsinn das ist schön schau silberblick in der lande gewurft ohne verloren so merkur du hast erst mal pause ich möchte eigentlich mal mit resetti kämpfen aber nicht gegen wasserbogen macho bahn noch ein macho bahn also macho bahn finde ich echt oft das sind schon wieder zwei typen ein ufer zieht mir schon viel ohne schon wieder separat geht das schon wieder los mega des todes oh mein gott warum haltet dieses sepa so viel aus was habe ich dir getan eine rauchwolle die treffe nicht mehr oh my god ist einfach nur wunderschön bam 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 so mega ihm jetzt aber sagt ins gesicht das ist aber bitte keine 3 sepa muschers muschers ist blöd und das kann ich nicht so wirklich besiegen außer mit meinem sparky und jetzt jetzt auch mal ein als sparky setze ich eh nicht in der arena ein und von daher sparky wird generell ein bisschen unnütz in der nächsten zeit ne in der nächsten übernächsten arena werde ich ihn auch nicht einsetzen in der pflanzen arena was soll denn der geist das geht wenigstens schon stellt boom 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 da 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 wenn ich sparke dann alle in der arena nicht mehr einsetzen darf es mir auch egal die lute das war es für mich bei 200 tun als wir sie mal lieben es zu kämpfen ist das soja Herausforderung von Matrose Leonard. Oh, schon wieder Mouchas. L21. Sparky hilft. Ach, schön. Hansa Schwutz. Donnerblitz. Find auch Level 19. Ja. Annehmbare Werte. Ja, was für ein Kampf. Jetzt habe ich jetzt endlich mal die unterste Reihe abgeschlossen, ja? Ja, wir schauen. Dumm, 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 dumm. Ja, mein Maschock ist auch super stark, übrigens. Wir haben eine Wundersaat gefunden. Ja. Eine Wundersaat. Und ein Überheiler. Cool. Dumm, 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 dumm. Wer ist denn vorne? Oh, yeah. Beige ein Auge, du gehst jetzt mal nach vorne. Hi. Ich mache immer alleine Urlaub, ne? Da brauchen wir begleiten mich. Dumm, 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 dumm. Vulcano. Ho, 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 ho. Natürlich habe ich das Wettbewerb vorne bei Vulcano, ist ja klar. Ähm. Wer tankt denn bitte Vulcano? Ähm. Du wirst schon kein, du wirst schon kein One-Hit sein, hoffe ich. Brüller, gut, ich werde eh mehr gebrüllt. Wer soll es jetzt sein? Sparky soll es sein, okay. Du wolltest es so. Mach da nochmal Brüller. Okay. Zabum. Du hast Sparky ausgewählt, selbst schuld. Sparky aber besucht Superschall. Nein. Kein Superschall. Oh, das ist Sparky schon Level 20. Weiß nicht, ob mir das gefällt. Und mit dem Volk habe ich eh keine Wahl, was ich reinsetze. Dönerblitz. Das hat auf einmal vollkommen gereicht, okay. Bam, 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 bam. Der gab ganz viel Geld, finde ich toll. So, Resetti, ich tue dich jetzt mal nach vorne. Ah, mal schauen. Wann ich dich wieder austauschen werde? Wird nicht allzu lang dauern, ne? Wie ist es wieder aus? Ach, hier kann ich mich heilen. Oh, das ist nett. Das ist aber nett. Das ist wirklich toll. Hi. Rotz, das fällt dir ein. Keine Ahnung. Ich wollte halt mal schauen. Die Lage checkten und so. Nidoran. Nidoran könnte aber Resetti schaffen. Schaffst du das Resetti? Schon, oder? Ich vertraue auf deine Stärke, Resetti. Schaufler! Ja, es reicht nicht. Es reicht halt wirklich nicht. What the fuck? Wie viel Schaden war das, bitte? Das war viel zu viel, Kollege. Ja, Resetti ist echt eine Glaskanone. Ich habe Angst um Resetti. Okay. So, dann machen wir mal die Intensität. Ja, die ziehen. You're nice! Ciao, Nidoran. ja aber es hätte ich brauche echt normale beste bist ganz schön gut aber ich wollte resetti eigentlich in der arena trainieren schauen wir mal siehst wieder aus so aber bis level 19 oder so könnte mir eigentlich mal trainieren so hat ich hätte gern ein stück hat nein nichts gibt nichts ist auf die erste kreuz war es wundervoll ich bin total power für nato augen ja sonst würde ich ja nicht spielen immerzu und immer wieder und jedes jahr wieder und ganz genau was ich meine 21 ist ja die 8 das könnte ausreichen 21 ist schon hoch macht wieder seine kritz was geht denn mit dem kollegen weiß ich wann sich wann entwickelt sich denn dick da ich habe ehrlich gesagt keine ahnung machen eine große weltreise blizzard jetzt haben wir donner blizzard doch der feuersturm ganz ehrlich okay er ruhe taub sieht er gar nicht dass er die jahre viele reisen merkur stimmt ich habe jetzt ein eisbogen also pseudo eis das macht mir überhaupt nix ja heizhandwirbel und ich treffe nichts mehr das gibt es noch gar nicht aus bieter übrigens einmal bei schneller interessant möchtest du dann gehen das schön gemacht mach mal den eissturm fucking sandwirbel ich hasse dich alter ein einziger sandwirbel man trifft nichts mehr das gibt es doch gar nicht nicht mehr aber papa 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 macht das doppelkick zu viel zu viel zu viel wie zu viel losweig auge da 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 so die konfusions attacke ich mache hier gar nicht lang rum was soll denn der guide nein ich habe die ganze welt für diese punkte bereits der wasser und nicht weit von zu hause entfernt na ja außer der spitze randomizer so wie ich dann ist es natürlich alles möglich hier okay ist in ordnung ich sag es auch kein weiter so hier gab es nen superball normalerweise ist jetzt ein schlokraut die weise heil mal meine pokémons das wäre doch wunderbar so wir machen weiter wir haben jetzt noch die ganze reihe hier heil auf all meinen reisen habe ich noch nie ein zeug verschlafenes pokémon gesehen das sieht ungefähr so aus machen relaxo ok ich ging die wand gerannt was war das denn nein das wollte ich nicht schau dir an was ich am land gezogen habe ich will es eigentlich gar nicht sehen aber gut was hast du denn du kannst doch eh keine wasser attacken oder du kannst keine wasser attacken da bin ich mit ziemlich hundertprozentig sicher eigentlich wenn sie wasser attacke die goldini land ist kaskade und nicht auf diesem level da bin ich mir also fast hundertprozentig sicher tschau da noch ein goldini jürgen das kann der restliche gerne mit wehren intensität 5 wurde hat kein bock mehr ich verstehe schon oder danke das wird aber auch wehtun idar oo-oh-oh-oh-oh fuck fuck das tut dann schon we ne mhh hinder mach mal klär mal bitte ja die h Tamaranti die tut weh auld da die tut sogar auf Mascher noch weh kannst du das mal lassen und es reicht nicht es reicht einfach nicht das machen warum plötzlich das wache es gibt keinen sinn aber egal boom ins gesicht so was hast du noch den tag okay dann machen wir mal die geobacht ich hasse verwirrung das einfach verwirrung ganz ehrlich so eine scheiße und fusion was jetzt habe ich mal konfusion hervorgerufen das wollte ich gar nicht ja gut vielleicht hilft es mir ja natürlich natürlich hilft es mir auch noch konfusion okay das war's für mich tschüss so der da ich weiß nicht was der hat der könnte alles haben teil mal lieber resetti darf nicht sterben wenn der resetti sturm ist dann habe ich ein problem für die nächste arena ja ein gewaltiges das war schon die zweite tür okay ich muss auch mal den part beenden gleich aber den raum machen wir jetzt noch der weshalb in der jugend hält mich wie jung was hast du denn schönes pika pika p katschuh oh mein gott dick da du kriegst so viel schaden warum kriegst du so viel schaden wow resetti du lebst echt gefährlich oh gott resetti soll den ruchzuggie von raichu tanken ja ich glaube da wird nichts draus da wird man sich gleich jünger okay das item noch noch ne monstein okay nein ich mach mir kein pixie noch nicht okay leute ich würde aber sagen erst mal an dieser Stelle wende ich jetzt mal wieder den heutigen part und ja man sieht sich dann beim nächsten mal wieder also dann bis dann ciao leute okay bis dann Bis zum nächsten Mal.